Ich weiß nicht, wer fliegt. Oh, ich fliege anscheinend. Das kann man sich hier nicht aussuchen, glaube ich. Wer fliegt? Ich glaube, du. Ach du, ey, Jungen, das wird nix, Alter. Warte mal ganz kurz, nicht fliegen. Ne, aussteigen kann man nicht, das kann man sich hier nicht aussuchen. Scheiße. Genau. Flieg vorwärts. Mit R kontrollierst du deine Höhe. Flieg vor, genau. Alter, das wird nix, glaub mal. Ja, das üben wir jetzt. Sohn alle Zuschauer, der Mosch ist noch nie geflogen. Ho, 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 ho. Hoch, ja, hoch. Mach dich mit dem Ding erstmal vertraut. Flieg dem, äh, flieg dem erstmal hinterher. Mit R, mit R gehst du hoch, mit L runter. Und drehen schulst du dich mit den Sticks. Und ich dirigier dich immer, wie du fliegen sollst. Hoch, hoch, Mosch. So Jetzt musst du immer so über dieser Stadt kreisen Am besten hier erstmal am Anfang Du musst gleich drehen Dreh mal rum Hoch, du musst immer Gas geben Schub, Schub Und nach links, nach links abdrehen Ah, dann dreh so, ist egal Ja, die Richtung ist gut, da wo unsere Leute sind, weißt du? Jo Na ja, muss ein bisschen tiefer Nein, so, nein Ja, ja, ja Lass mir die Mörderstellung wegmachen Du kannst aber auch schießen, aber musst du nicht Hoch, Mosch Ja, das war's Ja, das war's